Willkommen zurück zu Mr. Simulation Special, würde ich sagen. Ja, 1000 Abos. Oh man, 1000 Abos, das ist eine sehr große Zahl. Das könnt ihr euch kaum vorstellen, oder? Ja, ich helfe euch mal ein bisschen. Und zwar mit einem Bauplan. Ja, die 1000. Das laden wir mal kurz. 1000 Abos. Ja, ich sag's einfach noch mal. Tausend. Oh man, mein armes Handy. Oh, das da bin übrigens ich, wenn ihr es euch mal vorstellt. Stellt euch mal vor, das bin ich. Und das seid ihr. Ja, die 1000 oben drauf. Ich habe versucht, einen Kasten zu machen. Das hat nicht geklappt. Die Fallschirme sind unten durch. Also die sind einfach durchgeglitscht durch den Kasten durch. Das hat nicht geklappt. Deshalb so. Die 1000 schmeißen wir einfach oben drauf. Wird schon irgendwie klappen. Ich glaube, ich habe vergessen, die Cheats zu aktivieren. Ja. Unzerbrechliche Teile. Genau. Dann starten wir mal. 1000. Oh man. Wie lang war das? Genau. Zwei Jahre, acht Monate, vier Wochen und einen Tag. Wisst ihr, was daran besonders ist? Genau. 1000 Abos, tausend und drei Tage. Tausend und drei. Ihr habt den perfekten Tag um drei Tage verpasst. Ihr wart zu langsam, schämt euch. Mein Spaß. 1000 Abos. Meine Hände zittert. 1000 Abos sind wirklich viel und das wird, glaube ich, hier noch länger dauern. Deshalb werde ich noch ein bisschen weiter quasseln müssen. Ich habe angefangen mit einem kleinen YouTube-Kanal über SFS, über ein schlecht gebautes Space Shuttle in SFS in der 1.4. Fast drei Jahre her. Ich habe es einfach nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Mein Kanal hieß Smile Friend. Ja, also man weiß schon, was ich für einer war. Ich war ziemlich naiv, würde ich sagen. Und jetzt sind wir hier. An dem Punkt, wo ich nicht, wo ich einfach nicht dran gedacht habe, dass das irgendwann mal eintritt. Ich habe 1000 Abos. Einfach 1000 Leute, die sich zweimal, vielleicht auch dreimal pro Woche das anschauen, was ich für den Müll produziere, was ich euch einfach gebe. Und ihr seht schon, das hat schon geladen, aber die Physik ist noch nicht ganz da. Einfach 1000 Abos. 1003 Tage. Es ist so, als hätte ich ein Abo pro Tag gemacht und jeden einzelnen Tag habe ich eins dazu gezählt. Das ist absolut verrückt. Ihr seid absolut verrückt. Kann man so sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das jetzt mal langsam anfängt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Warten wir mal kurz. Oh. 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 Es beginnt. Es beginnt. Oh Mann. Ich habe hier zweieinhalb Minuten gesessen und gewartet. Oh. Okay. Das ist eine ganze Menge. Oh nein, ich werde erdrückt. Ich werde erdrückt. Oh. Oh. Da kommt die 1000. Und. Bah. Ja, okay. Die 1 ist umgekippt. Eine. Eine 0 fliegt einfach weg. Ähm. Oh. Einer von den Fallschirmen ist einfach in einer 0 drin gelandet. Oh. Und ich kriege keine Luft mehr. Ich bin total zerquetscht. Oh. Ich versuche raus zu zoomen. Oh. Ihr bedeckt einfach fast das gesamte Startfeld. Oh. Das tut meinem Handy gerade richtig weh. Aber egal. Das ist es wert. 1000 Fallschirme auf einem Haufen. Das seid ihr jetzt gerade in diesem Moment. Oh Mann. Vielen Dank. Vielen Dank für diese, für diese krasse Zeit. Für diese fast drei Jahre. Es hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es wird mir auch in Zukunft weiter sehr viel Spaß machen. Ja. Jedenfalls war es das jetzt hier. Ich werde auch weiterhin Videos machen. Keine Sorge. Ich werde weiter SFS-Kolonie machen. Dann habe ich auch noch ein paar Pläne dazu. Ich habe auch noch ein paar SFS-Tutorials. Ich habe auch noch ein SFS-Analytics-Video. Bin gerade dabei. Weiß nicht genau, wann ich das hochlade. Vielleicht nächste Woche oder so. Vielleicht auch schon diese Woche. Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Das war es jetzt hier auf jeden Fall. Ich zitter mal noch. Naja gut. Tschüss Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.